So, ich geh jetzt direkt Man sollte vielleicht noch treffen Ja, okay, so, genau so Das schlägt mich nicht so an Jetzt ist das wieder nur irgendein scheiß Feuerlöscher, ey So ein Kack Ich brauch Energie, Mensch, Energie Kein Feuerlöscher Hier brennt es doch nicht Noch nicht Ich weiß auch nicht, ob es hier brennen wird Sollt ihr jetzt nicht irgendwie spoilern oder so Okay, hier hab ich leider keine Möglichkeit, jemanden abzuknallen Okay, komm Bist du böse da vorne? Hat der eine Waffe? Ich seh's nicht Ich glaub, der war unschuldig, tut mir leid Oh, fuck Oh, den! Okay, ich werd nicht mehr angeschossen Hier bescheinlich in Deckung zu sein Da oben irgendwo, oder was? Hat hier immer tatsächlich ein Scharfschützengewehr, oder was? Sonst seh ich hier wirklich niemanden Da ist eine Leiche, okay Mit einer Pistole Ey! Doch da oben, tatsächlich So eine gottverdammte Drecksscheiße Neuer Versuch Auch hier wieder Twilight Error, ne? Ist ja meine Lieblingsdisziplin Meine Scheiße, ey Ich hab gedacht, eigentlich heute läuft's ganz gut, aber So kann man sich irren Ah, die Kacke ist natürlich auch, dass ich beim Speicherpunkt nur noch einen Schuss im Magazin hab Ficker, ey Dann ist er hier die Nummer 3 Mit zwei Schuss Weht nix Doch, Wut war... Wow, ich bin überrascht Hat genau gepasst von den Schüssen her Das Pfeifen tut mir grad leid Also Das Pfeifen vom Grat Tut mir leid So wollte ich das eigentlich sagen Gut, aber das Gewehr scheint ja doch gar nicht mal so schlecht zu sein Kommt her, kommt her, ihr Schweine Jetzt hält er wieder zwei Schüsse aus Okay, wenn er jetzt kommt und mich dann direkt abballert, dann bin ich tot Gegenzug Könnte ich sehen aber auch Wenn ich gut bin Das haut der ab, oder was? Gut Hätten wir das auch geklärt Feigling So Ich hoffe, hier muss ja irgendwo Energie sein, oder? Ich hab grad nen Schuss gehört Sehr gut Perfekt So mag ich das Wenn die Leute mich nicht treffen, dann ich sie aber Ich geh grad nen anderen Weg, ich weiß Aber ich hab ja die Hoffnung, dass ich irgendwo Energie finden könnte Wer schießt denn hier auf mich? Das ist nicht Okay, der will auch nicht sterben Alter Kommst du dir her? Was im Schatten? Okay, ich glaub ich hab genug Schuss 30 33 Schuss habe ich insgesamt Ist das Energie? Oh yeah Ist das Energie? Sehr gut Ah, 50 Energiepunkt für den Dennis Ich kann ja sehr gut gebrauchen Vielleicht steht keiner auf den Gleisen Guck mal, ob ich hier mal auf mich schießt Denn dann ist er auch wirklich an auf den Kran Irgendjemand schießt hier Fangs mal hoch Du hast keine Knau Gut Kletter mal, genau Scharfschutz ist doch krass So krank, wir sind doch nicht bei Metal of Honor Wo? Was? Wie? Ich seh niemanden Ich hab ein bisschen Angst Scheint mich auf jeden Fall Irgendjemand scheint mich nicht zu treffen Finde ich gut Wo oben seh ich aber noch keinen Doch da oben Ich seh dich Du Pisser Alter Ohne Scheiß Ist doch nicht wahr, oder? Ey Ah, wenn ich dafür doch meine Knarre nehmen soll Scheiße, scheiße, scheiße Okay, aber jetzt bist du schon mal einen Schritt weiter gekommen Ja Schritt für Schritt kämpfen wir uns hier durch diese Mission Scheiße, Mann Jetzt ist doch die Wahr Ich hab gedacht, ich könnte gut im Spiel sein Aber ich kann's nicht Tut mir leid Aber wieder jetzt weiß ich da oben Ist da einer Also jetzt kann ich mir sicher sein, dass Da oben Einer Ist Und zielen kann ich immer noch nicht Ah, jetzt werf ich schon wieder vier Schuss weg, Mann Das ist die Angewohnheit Weil jedes Mal, wie ich ein Shooter spielt Lade ich nach jedem Schuss nach Halt um nicht irgendwie ungeschützt zu sein, während ich im Gefecht bin Ist ja auch logisch Oder? Kann mir irgendjemand vor nicht folgen, das wär ganz nett Okay, sehr schön Ist dann auch gepasst Wir haben sogar zwei Schüsse noch erspart Bläh Entschuldigung, okay Warum entschuldige ich mich? Das war voller Absicht So, genauso wie der So Herr mit dem Gewehr Also ich sag mal, auf alles, was uns jetzt Was jetzt so auf uns zukommt Für alles, was jetzt so auf uns zukommt Das wollte ich eigentlich sagen Ist das Gewehr brauchbar Bis auf den einen Pisser da oben Ich hoffe mal nicht, dass die aus dem Wagen jetzt mir folgen werden Weil da würde ich mich jetzt nicht so mit anfreunden Ich bin, glaub ich, hier hintergegangen Oh mein Gott So, Penner Pepepenner So, dann ist hier zwischen den Waggons einer Ich hab früher Kinder Ja, warte du schon auf mich Bam In your face Tatsächlich, in your face, ja Und dann auf dem Dach Ja, ist ein bisschen zu früh Ich hätte natürlich später da hingehen können, aber Gut, okay Hier, Polizei, sag ich schon Pistole ist nachgeladen Das ist natürlich sehr gut Wo kommt denn der da vorne her? Der war vorne und nicht da Kann ich den von mir treffen? Sieht nicht so aus Scheiße Danke Gut Jetzt zu dem Pichser da oben Ich hab 19 Schuss, da bin ich dafür, um ihn abzuknallen Wird schön, wenn der da oben jetzt nicht mehr wäre Wenn ich den gerade umgebracht hätte quasi Weil der runtergefallen ist oder so Aber ich glaub, das Spiel ist mir nicht so heute Ich hoffe auch nicht, dass jetzt noch viel von der Missionen kommen wird Wo steht der? Ja, der kann mich treffen, aber ich ihn nicht, oder was? Ja, schieß durch den Boden Schieß durch den Boden Kein Problem Arschloch, ey, das ist doch nicht wahr Jetzt hab ich schon über die Hälfte meiner Energie verloren Seht ihr das? Der schießt da durch Ich kann da nichts gegen machen Ey, das ist doch Oh, Mann So eine Kacke wieder, ne? Ich muss nur irgendwie zusehen, dass er mich nicht trifft Ein bisschen zickzack laufen Ich weiß nicht, was wo der Morelle überhaupt steckt Wo soll der denn sein? Okay, da hinten sehe ich, glaub ich, einen Wagen Ganz da hinten Ist das ein Wagen? Ich weiß es Vielleicht kann auch irgendein Tank sein oder so Aber ich glaub, es gäbe hier auch noch einen anderen Weg Um da hinzukommen Ich hoffe nicht, dass auf jedem so ein Ding Auf jedem so ein Kran, so ein Typ steht Ich glaub, da oben steht auch einer Toll Jetzt sind wir wieder mein Gewehr zur Hand Da oben steht auch noch einer Alter, Vater Ich muss mich bloß in Ruhe Ihr seht mich nicht Ich war niemals hier Okay, da ist was grün Grün ist gut Grün bedeutet meistens Ziel Da steht auch noch einer Oh, schütte ich mich hier gerade durch das Level oder was? Natürlich ganz schön, wenn's so wäre Wenn ich gerade die KI irgendwie ausgestellt hätte Ich geh ganz außen rum zu ihm hin Na, ihr seht mich nicht Das ist gut Das ist sehr, sehr gut So, ich schleiche mich an ihn an Steht er da? Was soll ich hier tun? Ich bin jetzt hier Ja, gut Ob ich mich damit schützen oder wie? Ich sollte nicht Das ist irgendwie explosiv oder brennbar Ich weiß es nicht Auf jeden Fall ist es tödlich, so wie es aussieht Nein! Nicht sterben! Nicht sterben! Ich sollte vielleicht da drauf schießen Hab ich jetzt gerade gedacht, aber Nein, den zweiten auch noch Kacke! Also kann ich den aber doch als Schutzball nehmen Weil der scheint nicht kaputt zu gehen Oh, fuck, 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 fuck Komm Löst das Ding, löst das Ding Ich muss irgendwie in die Deckung kommen Komm, lauf, 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 lauf Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben Nicht treffen lassen, nicht stehen bleiben Oh, dankeschön, ey Hä? Was ist los? Ich verstehe es nicht Hä? Ich peile das wirklich nicht Tut mir leid Also jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert Ich, was habe ich denn da jetzt überhaupt getan? Ich habe Sachen da irgendwie so, ne? Ich peile es nicht Tut mir leid So, stirb Danke Nummer eins Alter Ich glaube, ich gehe nicht mehr außen rum Weil das ist ziemlich zu riskant Da fällig zu viel Energie Scheiß Heckenschützen da oben Ach, man, 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 man Ich muss es doch irgendwann mal schaffen, oder? Es ist ja unglaublich Ich bin immer noch in der gleichen Mission wie vorher Immer noch verdammter Glückspilz Ist krank Also es ist doch wirklich eine kranke Mission Ich finde die eigentlich ziemlich cool, die Mission Also krank, die heißt ja nicht schlecht Ich glaube, ich heiße vielleicht echt einfach mit dem Wagen lang, ey Könnte mich mal Oh, hier Der ist auch vollgetankt, sehr gut Der ist auch so gedacht, keine Ahnung Ich kenne das Spiel nicht Wir können mich alle mal Ah, hier ist dicht Ja gut, hat mir keinen Schaden gemacht, in dem Fall Finde ich sehr gut Ah, okay So, fangen wir mal hier rum Ui, ei, 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 ei Wo waren denn jetzt die komischen Dinger da, die ich da gerade losgelöst habe? Ich muss eigentlich noch weiter links sein, glaube ich, oder? Ja, oder vorne sind sie Da ist Morellos Wagen Das habe ich schon mal verstanden Ich weiß nur nicht, was ich da jetzt machen soll Kann ich denn durchbrechen irgendwie so Nein Geht nicht Nein Lauf, 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 lauf Ja, ich weiß, ich hätte hier auch fahr'n Ah, wo kommst du denn her? Ah, ah, geh weg, alter Kann ich mit dem auch fahren? Das wäre natürlich ganz sexy Jetzt habe ich den jetzt so geparkt, dass ich da jetzt nicht mehr reinkomme, oder wie? Doch, okay Das funktioniert doch Sehr schön Ich weiß nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich da machen soll Kann ich eben die Weichen vorne noch umstellen, oder so? Ach, ich glaube, ja Gut, alles klar Ich glaube, ich habe verstanden So, jetzt habe ich die Weichen Oh mein Gott, ich bin nicht tot Nein, 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 nein Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht Geil, 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 geil Ja, hier, mache jetzt Ist doch okay Ah, ich wusste gar nicht, dass das Spiel so kompliziert ist, echt Ich habe eigentlich wirklich gedacht, es wäre eher so wie GTA Dass man nichts mehr rausfinden muss, dass man einfach gesagt bekommt So, du musst das und das tun Und ja Videos machst es mir egal Hauptsache, du tust es Aber hier ist ja so richtig so mit Nachdenken und so Und ah, da muss ich eine Weiche umstellen Und bla Ah, habe ich schon wieder ein Kind gezeugt Oh Zwei Der Mann ist tot Erstmal Munition einsammeln Das ist richtig Ich weiß nicht, was mich im Versteck noch erwartet So, aber das klingt eigentlich relativ easy. Also in Anführungsstrichen klingt das relativ easy. Und nur noch müssen wir, vor allem wenn wir jetzt hier wirklich damit heizen können, dann müssen wir eigentlich wieder hinfahren, die Weichung stellen. Und dann die beiden Wagen oder... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ähm, ich überlege gerade, ne? Hier die Energie? Nein. Ich habe gerade überall Energie gesucht, ganz kurz. Ach, scheiße. Ach, komm, ich fahre hier einfach hier lang, das ist einfacher.